Nein! Fail! 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 Und das war auch Fail. Jo, no death run werde ich nicht machen, ne? So, und jetzt kommt hier das Wasser. Und hier, beim ersten Mal dürfen wir nach vorne gehen, aber wir bleiben besser stehen. Und oh yeah. Nein! Jo, ich hätte lieber die Elektro-Power aufgeladen gehabt. Werden wir nicht hinkriegen. Dumm. So, jetzt kommen auch schon die Bombenflieger. Pena. Pena. Hopp. Okay. Mist. Boah, du Penner. Jo, werde ich nicht schaffen, ne, Leute. Das ist ein übler Bosskampf. Aber wir ziehen ihn mit Gutschman die Hälfte ab, ist das Gute. Und dann würde ich einfach mal auf Electro-Man hoffen. Und ich hoffe auch, dass er früher stirbt als wir. Das werde ich leider nicht schaffen. Good Man. Jo, das war's. Ich brauche Electro. Oder ich versuche es einfach mal mit der normalen Power, ne? Mit der P. Jo, wir haben schon gar nichts mehr hier. Und mit dem wir ihn schaden können. Ich würde sagen, das ist verloren. Jo. Immer Gleichstand, ne? Hopp. Mist. Dieser Typ ist dumm. Mist. Jo, ich hab verloren. Ne? Mit Full-Life-Energie hätte ich's geschafft. Also, mit den Klötzen da noch und so continue. Sieht aber gut aus. Ich muss nicht sagen, dass es unmöglich ist. Es ist möglich. Zwar schwer, aber möglich. Und das macht ein Spiel ja aus. Bis alles im Finale. Und Sunshine muss ich dann auch wieder mal aufnehmen. ne? Der gute Let's Play-Mark spielt ja jetzt auch Sunshine. Jo, mir gefällt sein Let's Play ehrlich gesagt nicht. Aber da hat jeder seine eigene Meinung. Fick dich. Ähm. Wow. Fick dich. Penner. Jo, wenn ich nicht Full-Life-Energie krieg, dann kann ich den Boss-Kampf eigentlich vergessen. Jetzt kommen die Bombenfläger. Äh. Oder gar nichts mehr, ne? Okay, jetzt kommen die. Wie gesagt. Und Energie. Nichts. En- Nee. Nichts. Nichts. Energie. Nichts. Nichts. Energie. Nichts. Energie. Ein bisschen. Power-Energie, ne? Ihr wisst. Ich versuch's jetzt nicht mit Gert Schmende, ne? Ist klar. Ich fail. Wenn ich den jetzt einsetze. So. Der geht nach oben. Jo, war klar. War so klar. Hopp. 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 Wie hoch. Wir sind Gleichstand. Aber ich bin tot. War auch zu erwarten, Leute. Was hätte die Andres erwartet, ne? Kaatschmin! Mit Fuller-Life-Energie müsste es eigentlich klappen. Ansonsten rege ich mich auf. Hopp. 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 Jetzt nehme ich die Power. Hopp. So, gut. Schade. Ah, ich habe Black Screen. Na, 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 warte mal eben. Gut. Und weiter geht's. Mir völlig egal. Geh's jetzt drauf. Du, 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 du. 15 Minuten, ein Part. Cool. Auf in die Wiley Stage 4 Die Schlimmste Ich mach da mal so Und Ready Go Jo, das geht so Continue Nein Und die hab ich gar nicht gedacht Arsies 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 Wir brauchen alle Leben Für die Stage Ansonsten haben wir keine Chance Continue Fireman Mann Muss das denn sein Jo Ich hab ne Idee Leute Ich hab ne Idee So Du 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 Continue Jo Thanks Bin ich oben Bin ich oben Ich nehm Ich nehm Fireman Das ist einfach der beste Für solche Typen Hier nehm ich Die Empower Jo Das war eigentlich Fail Das mit denen So Was war hier nochmal Ach ja Genau Ich dachte die kommen so wie Megaman Zwei runter Ne Kommen sie nicht Die schießen Leute wie soll man den Shit hier ausweichen Natürlich kann man es schaffen Aber schwer Ich wechsle einfach zu Feuer Weil da haben wir das Feuerschild Und das mag ich wenn wir Feuerschild haben Hier kommt doch nochmal mein Horror Komm Nee Komm schon Das ist doch unfair Arg Oh ich war so weit Und dann so ein Müll Es muss irgendeinen Trick geben In der Stage Das geht nicht Hopp Hopp Fireman Hopp Flop Flop Hopp So Hab zwar kassiert Aber auch egal Huch Muss man wieder auswendig lernen Die ganze Stage So So Und Und Fire Hopp Nein Aha Den treffe ich nicht Dumm Gut Gut die hat mir aber Live Energie gegeben Ich wurde angeschrieben Das ist dumm Dumm Komm schon So Ich würde sagen Hier brauchen wir M Ich bin gerade so weit Weg dich Das macht keinen Spaß Ich hab's noch nicht mal bis zum Schlimmsten geschafft Bring dich um Megaman Du bist nicht mir egal Ready Go Ähm Feuer Hopp Ah Gut K Sieht gut aus Nehme ich aber für Feuer So Nein Wo seid ihr Arschlöcher So An den will ich gar nicht ran Jo, du, du triffst mich eh jedes Mal So Komm Nein, warum Und was ist da da hinten Ich versteh's nicht Leute, helft mir So, Feuer Genau Halt dich nicht fest Ein Versuch mache ich noch Einen Danach höre ich auf, dann habe ich Jo, zwei Parts Megaman Und dann müsst ihr einfach wieder ein bisschen warten, würde ich sagen Vielleicht werde ich auch die Stelle Offscreen spielen Und euch dann nur den finalen Boss zeigen So wie mit meinem Freund, ne Also Also nicht, dass mein Freund mitspielt, das geht ja nicht, wie gesagt, ein Spieler Am Anfang des ersten Parts Aber ich meine damit jetzt Vielleicht, dass ich hier mit meinem Freund telefoniere und währenddessen schaffe ich es Das könnte nämlich gut sein Oh, okay Puh Bei dir muss man sich einfach nur Richtig hinstellen Jo, an dir kommt man eh nicht vorbei Oh, Mann Warum schießen die auch zweimal Ich will aber da hinten hin, ne Ich bin gerade so neugierig Ne, wartet Ich versuch das jetzt erst gar nicht Wir haben jede Kraft Die man bekommen kann Huf